extra runde soll er mir damit sagen dass ich eine extra runde drehen soll wahrscheinlich das ist ein schalter um das zu deaktivieren gibt es nicht was meint er denn? oh da oben kann ich nur durch da oben kann ich nur durch ohne was zu bauen das heißt wir müssen hier ganz schön viel speed drauf haben damit das klappt ich muss dazwischen da da ok und dann so mittig davon wäre gut ja so wegen mir und hier genauso mittig da naja das ist nicht mittig so und so sitzt der da drauf ja ok dann hier mittig nochmal fixieren und da da und testen hält fahren wir mal moin so ah ok oh what das reicht aber noch nicht oh man not that sweet ok was mittelbutton passiert nix da passiert nix wenn ich den mittleren button drücke und kiefer hello hello ok müssen also hier wenn wir runter beschleunigen nochmal gucken dass wir ja wahrscheinlich da hinkommen um uns da nochmal geschmeidig abreiben zu lassen ach das mittelteil ja und dann du kannst auch shit das wollte ich jetzt nicht aber das ist interessant gut zu wissen das geht ups stop it das ist alles ja sind nur die zwei sachen oh ok so erstmal gerade 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 und gerade dann würde ich alles stützen hier was geht nioink und ich glaube nicht dass das reicht zum stützen um ehrlich zu sein gerade so aber wir können ja noch mehr machen stützen wir hier was ok geht nicht ist der winkel wohl zu steil scheiße so ja so 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 sack so tsch und der kommt da dran so testen leicht bauweise und so schauen wir mal ob er überhaupt unten drunter durchkommt ok weil der muss jetzt ja eigentlich da unten rein gespeedet werden ja das sah besser aus und ich denke was ist jetzt da oben dagegen genutzt naja ich hätte raus scrollen sollen das habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen ok das war wohl zu viel speed oh holy shit wir fahren nochmal von vorne ok oh ja ist voll gegen die decke genutzt worden ok was was das ok gut das würde bedeuten wir können es aber eigentlich fast gar nicht mehr anders machen wir haben hier schon zu viel speed drauf denn machen wir es mal so ob es besser ist vielleicht jetzt mal so dahingestellt ich denke wir müssen jetzt hier ein bisschen mit der physik spielen das sieht besser aus doch oh jo hat geklappt so 8 stück konvoi achso das war das ja gut das habe ich ja hinbekommen hast du ja gesehen das kommt jetzt hier aber stark aufs timing an alle 8 da durch zu bekommen what the timing what is happening what the shit alter läuft bin total verwirrt gerade aber das sieht gut aus der noch durchkommt klappt es mit allen yes nice komm dreh dich um wirklich du kannst doch jetzt nicht hier liegen bleiben ach das war reiner Zufall würde ich jetzt mal behaupten wir machen es nochmal jetzt aber komm schon das ist ja schon mal nice dass es hält gut dass wir die Leute da verlieren ist mir ziemlich scheißegal oh boom ja geht auch es sei denn der letzte natzt sich jetzt natürlich wieder so ab das kann sein muss nicht sein der hat es nice gemacht ah so knapp was ist denn mit dem letzten da los ey das gibt es doch gar nicht man okay müssen wir noch eine Sache ändern maybe so testen wir es nochmal mal jetzt haben wir es natürlich ein bisschen verschoben wir fliegen dadurch aber auch flacher sollte also klappen und nicht wirklich ach ja genau so jetzt fliegt es genau rein perfekt awesome fast the hell is happening there schaffen dies stimmt der mit denen jetzt oh man okay könnte noch eine weile dauern jetzt ist da einer hängen geblieben vielleicht schieben sie ja nochmal weg echt jetzt man was ist denn da schief gelaufen ich habe es gar nicht gesehen das finde ich halt wieder blöd dass man da nicht hingehen kann und sagen kann okay replay oder so irgendwie nicht heben wir das ganze noch eins an er geht nicht jetzt bullshit you know what's bullshit that is eigentlich eigentlich müssen wir sogar noch ein ticken weiter nach oben so ne das funzt nicht da kannst du von ausgehen das ist nämlich der falsche befehl okay das funzt auch nicht okay das war nix das war nix so vielleicht ein bisschen verkürzen noch mal schauen schade wenn er da oben nicht vorm zieh liegen geblieben wäre das viel einfacher gewesen ja das klappt nicht die fliegen da oben dagegen das ist scheiße okay ja ja super jetzt staunen sie sich wieder da ich hoffe dass den noch einer mitreißt jawoll bumm renn mit dem bobby jawoll okay komm den musst du noch mitnehmen ah ja 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 ah nice acht gott da muss man ganz schön glück haben okay das war es dann nächste kammer das ist mir ganz sicher ganz sicher ist klar ist klar okay Was? Okay. Okay, danke. Helix hat er gesagt, ne? Bin mir aber nicht sicher, ob das überhaupt klappt. Bei dir glaube ich nämlich fast nicht. So, wo fangen wir an? Wir fallen hier runter. Und dann... Kriegen wir erstmal natürlich das klar jetzt. Oh, die fahren zu zweit. Okay... Achso, ja klar. Dann fährt einer unten lang. Der muss dann aber rechtzeitig... Au. Au. Na gut, wir werden sehen. Komm, wir probieren es erstmal. Ach, das ist schon wieder nix. It's way too long, so. So... So und so. Alles klar. Dann so. Der ist Maximum. So. Ach, natürlich. Okay, so. Okay, so. So. So, doch auf die Höhe gehen. Na gut, das funktioniert. Ist also in Ordnung. Das heißt, der muss eins nach unten. So. Und dann... Und dann... Das wird nicht reichen. Ne, das habe ich mir schon gedacht. So. Auch nicht schlecht. Aber gut, wir haben hier die Verbindung. Kann man es auch eigentlich versuchen, so zu machen, dass das klappt. Okay. Das ist natürlich jetzt zu weit auseinander. Logisch. Hm, ganz schlecht. Oh. So. Na ja, das war zu erwarten. Oh. Oh. Und so. Alright. Dann machen wir hier genau das Gegenstück. Das passt nicht. Warum passt das nicht? Oh. Dann machen wir das einfach noch ein Stückchen nach unten. Ne, auf YouTube geht der Befehl generell nicht mehr. Da ist er definitiv raus. Ich glaube, das geht nur noch auf Twitch. Ich habe es jetzt aber auch nicht getestet. Ich kann es dir tatsächlich gerade nicht sagen. Guck für das nächste Mal. Okay, so weit, so gut. Fahren wir erst mal. What? Ach, ich hätte nach oben leiten müssen, ne? Damit das klappt. Okay. Das heißt, der muss da hoch und der andere muss da runter. Dann ist das Ganze hier schon wieder gekonnt überflüssig. Ja, das ist scheiße. Okay. Ah, bap, bap, bam. Ich meine, die Grundidee war richtig, aber... Ja, ich muss jetzt erst mal gucken, dass ich den da hochbekomme. Deswegen auch Helix. Macht ja Sinn. Macht ja Sinn. Hätte ich mal nicht gepennt, wäre mir das wahrscheinlich direkt aufgefallen. So, weg mit dem Scheiß. Dann muss ich den nach da oben bringen. So. Und den logischerweise nach da unten. Was jetzt natürlich bedeutet, dass wir erst mal hier stabilisieren müssen. Nicht wirklich. Also so hundertprozentig ist das hier nicht, ne? Gut, aber macht ja nichts. So, das geht nach da. Das geht nach da. Der muss hier durch. Dahin. Der muss dahin. Ist die Frage, ob das geht. Ja gut, das hält erst mal nicht. Das war ja irgendwo klar. Da habe ich vergessen, noch ein bisschen mehr zu stabilisieren. Das müssen wir tun. So. Da-dum-dum. Das ist okay, wenn du nichts sagst. Oh, damn it. Und ich... Haha, jetzt waren sie beide noch dran. Nein, isn't that great. Ja gut, das war eigentlich erst mal in Ordnung. Allerdings müsste der weiter nach da. Wir müssen hier definitiv noch eine Verbindung herstellen. Dass das Ganze auch tatsächlich hält. Ist ja fürchterlich so. Oh. Oh. So. Hier könnte man es theoretisch auch nochmal machen. Einfach nur, damit die Scheiße stabil bleibt. So. Oh, jin. Oh. 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 Oh, Gott. Oh. Oh,他說ählt, ich werde das.